Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Köberle. In diesem kurzen Video erhältst du Informationen über das Theta Healing Intuitive Anatomie Seminar. Theta Healing Intuitive Anatomie Dauer 15 Tage Voraussetzung Basis-DNA und Advanced-DNA Im Intuitive Anatomie Seminar wirst du die Magie des menschlichen Körpers kennenlernen und entdecken, dass Krankheiten und Störungen Hand in Hand mit der Manifestation von Emotionen gehen. Du wirst verstehen, wie viel Platz von negativen Emotionen eingenommen wird. Du wirst die spezifischen Glaubenssätze kennenlernen, die mit Krankheiten einhergehen. Du wirst mit vielen Körperscans üben. Du wirst die Signale verstehen, welche anzeigen, dass der Körper aus dem Gleichgewicht ist. Du wirst sehr schnell auf Emotionen, Herausforderungen und Probleme stossen, welche deine Klienten schon sehr lange mit sich herumtragen. Und hier ist der ungefähre Ablauf eines Seminars. Dieser kann natürlich etwas variieren, je nach Lehrer oder Lehrerin. Tag 1 Atome und Mikroben, Säure und das Basengleichgewicht Tag 2 Skelettsystem Tag 3 Endokrines System Tag 4 Verdauingssystem Tag 5 Atmungssystem Tage 6 und 7 Herz- und Kreislaufsystem Tag 8 Ausscheidendes und sexuelles System Tag 9 die Muskeln Tag 10 das Nervensystem Tag 11 die Haut Tag 12 die Augen Tag 13 das Gehirn Tag 14 die Ohren Tag 15 der Körper als Ganzes Geheimnisse des Scanning Tag 15 und Vianas A bis Z Was diesen Kurs von allen anderen unterscheidet, ist der sehr spezifische Ansatz, basierend auf Illustrationen und hilfreichen Demonstrationen. Weitere Infos zum Thema Theta Healing findest du auf www.intuition.ch